Das ist Rika von Berge. Und das ist Hartmut Berge. Die dreijährige Schäferhündin und der 59-jährige OP-Redakteur mögen sich. Aber sie verstehen sich nicht. Sitz! 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 Rika fehlt seinem Gehorsam. Und Hartmut ist inkonsequent in der Hundeerziehung. Unser lieber Rika ist ein ganz braver Hund. Aber sie hört nicht. Es gibt sehr viele schlaue Bücher. Es gibt tolle Videos, nur der Hund liest nicht und hat kein YouTube. Also holen wir uns Hilfe. Und die Hilfe findet Hartmut im Kollegenkreis. OP-Redakteurin Katja Peters ist schon vor 20 Jahren auf den Hund gekommen, bildet selbst deutsche Schäferhunde aus und ist mehrfache Landesmeisterin. Hartmut, was soll dir Katja heute beibringen? Alles. Dass der Hund vor allem, dass man mit dem Hund spazieren gehen kann. Das ist das Entscheidende, dass er bei Fuß bleibt, dass er auch mal hört, dass er nicht unbedingt in die Leine geht, wenn ein Fußgänger entgegenkommt. Wie verhält sich Rika beim Spazierengehen? Beim Spazierengehen, wenn uns keine Hunde begegnen, keine Rehe, keine Hasen, keine Vögel, dann ist sie ruhig. Das heißt, 99 Prozent der Zeit ist sie eigentlich relativ unruhig. Man braucht eine ganze Weile, bis sie wieder ruhig wird. Und wenn Rika unruhig wird, sieht das ungefähr so aus. Platz! 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 Wenn Tatmut Rika in den Griff bekommt und das Spazierengehen für alle Parteien entspannter wird, gibt es von Katja erstmal eine Grundeinweisung. Der Hund ist der größte Egoist, den es auf der Welt gibt. Der will seine Ruhe haben und er will seine Triebe befriedigen. Und sein oberster Trieb ist der Erhaltungstrieb und der Futtertrieb. Und das musst du dir zunutze machen. Und ein Hund ist ein Rudeltier, Meute. Und das will sie ja. Sie sucht ja, wenn sie will, sucht sie ja Kontakt zu dir, wenn sie das will. Und das musst du umkehren. Sie muss, wie soll ich sagen, sie muss von sich aus Kontakt zu dir suchen, weil sie gerne bei dir ist und weil sie weiß, ey, der hat immer Futter in der Tasche oder der streichelt mich immer oder der macht immer Spaß mit mir oder was auch immer. Weißt du, das muss der Hund einfach lernen. Und dann, klar, komm, jawohl, fein. Jetzt haben wir mal eine starke Einwaltung gemacht. Jetzt erkläre ich dir mal, wie das Prinzip funktioniert. Ich mache jetzt so und gebe dir 10 Euro. Ich mache es so und ich gebe dir wieder 10 Euro. Und das mache ich jetzt zwei Wochen. Was machst du irgendwann? Küchst du im Gepalle. Nee, da kommst du und sagst, hau mich. Ich will deine 10 Euro haben. Ach, wenn du mir wirklich 10 gehst? Ich will die 10 Euro haben. Wenn du mir wirklich 10 gehst? Okay, alles klar. Und so funktioniert der Hund auch. Ja, ist klar. Bezahlung immer sofort. So machst du ihm das schmackhaft. Okay. Ne? So, und das musst du einfach machen. Du gehst jetzt mit der spazieren. Und dann, ganz wichtig, rufst du natürlich nicht erst, wenn das Reh schon da ist, sondern du rufst immer die ganze Zeit. Sie läuft, du rufst, sie kommt zu dir. Sie läuft weg, du rufst, sie kommt zu dir. Dass sie immer eine Erwartungshaltung hat. Und diesen sicheren Abruf, den kriegst du eigentlich nur hin, wenn du permanent, immer wenn du mit ihr läufst, sie rufst, bestätigen, rufst, bestätigen, dass sie denkt, ach ja, wenn der meinen Namen ruft, das ist cool, dann kriege ich immer was zu fressen. Und dann kriegst du auch ein sicheres Abruf hin. Wenn du natürlich immer nur in Notsituationen rufst, wie gesagt, dann guckt sie, ah, alles klar, ich muss hier erstmal die Lage peilen, könnte ja was passieren, weil sonst ruft der nicht, ne? Und so gibt man seinem Hund die besten Befehle. Liebe Rika, leg dich bitte, bitte, sei mal lieb, bitte, bitte, komm, leg dich hin, mach mal, leg dich hin. Quatsch, das ist natürlich Schwachsinn. Das versteht ein Hund nicht, da gehen hier die Fragezeichen hoch, ne? Klare Kommandos, da kann ein Hund viel besser mit umgehen, ne? Ein Hund braucht klare Kommandos. Und was bei einem Hund funktioniert, kann für Hartmut ja nicht schlecht sein. Also gibt es zum Abschluss nochmal alle Tipps in Kurzform. Für deine zukünftigen Spaziergänge wollte ich dir noch drei Sachen mit auf den Weg geben. Du musst deinen Hund beobachten. Das bedeutet, ihm immer einen Schritt voraus sein. Dann, dass wenn sie was richtig macht, dass du sie dafür bezahlst. Sprich, streichelst, ihr sagst, ja, das hast du gut gemacht. Und was eben ganz wichtig ist, das ist Konsequenz. Also wenn ein Fahrradfahrer kommt, immer zurückrufen und nicht heute ja und morgen nein. Der Hund braucht seine Welt, der braucht seine Grenzen. Und dann kann der sich in dieser Welt wunderbar bewegen, als wenn er in einer permanenten Grauzone lebt und immer selber entscheiden muss, was er machen soll. Der Hund ist ein Rudeltier, der braucht ja einen sogenannten Anführer. Und der solltest in dem Fall du sein und nicht der Hund selber. Gut, tschau nochmal. Auf Wiedersehen im Sommer. Gut, tschau nochmal.